Hallöchen Freunde, servus, da sind wir wieder. Ich habe einen anderen Spielstand geladen, oder beziehungsweise ein bisschen früher geladen, weil wir in eine komische Situation mit Stahlwächtern in der letzten Folge gekommen sind, die irgendwie ein bisschen verkackt haben. Also wir haben die Stahlwache zwar, ich würde sagen, recht easy platt gekriegt, die waren jetzt überraschenderweise nicht so krass, wie ich gedacht habe, allerdings explodieren die, wenn die nicht mehr sehr viel Leben haben. Und wir standen halt an einer blöden Stelle mit den Stahlwächtern, nämlich um Zivilisten rum, die sind dann explodiert und dann sind halt einfach alle Zivilisten und sonstige Typen auf uns losgegangen. Das war halt natürlich richtig scheiße. Und deshalb machen wir jetzt einfach mal einen leichten Bogen hier rum und gehen von der anderen Seite rüber. Das war halt richtig kacke in der letzten Folge. Und dass wir diesen Vampirtypen nicht platt gekriegt haben, das wurmt mich auch noch richtig. Irgendwie nervt mich das. Die sind noch zu schwach. Viel zu schwach. Aber wir brauchen noch nicht mehr viel Erfahrung. Na, guck mal, wir sind fast. Level up. Dann holen wir uns den Kollegen einfach später. Hier sind gerade noch die Bäume so ein bisschen, aber das ist scheißegal. Wir sind ja jetzt nicht so pingelig, was Grafik angeht, ne? Das nervt zwar ein bisschen, so wie das hier. Aber, was soll's. Ist das eigentlich Kartenzluge, oder was ist die Sache? Alter, hier ist noch gar nichts Grafik nachgeladen, ne? Aber das kotzt mich auch so ein bisschen an. Komm, wir gucken uns alle hier die Schlucht an. Es steht angeblich ein fettes Gebäude. Ah, ne, doch nicht. Ah. Sieht doch schon ganz anders aus hier. Konsiedere die Nummern. Someone out there must be having the worst day of their life. Robbed, evicted, widowed. Who knows? No wonder, Shara thrives with such misery. If that's true, then so must be the opposite. There are people out there celebrating their lives best moments. Reden verboten. Okay. Ja, da kommen wir bestimmt wieder in den Untergrund. Aber wir wollen ja erstmal hier hin. Und du, Baby, ein Windfall? Der Tast von einem exquisiten Kuchen? Ist so Will am Reden, aber er hat keinen Text. Weiß nicht, ob er redet. Ich mach hier mal ein Safepoint. Nicht, dass mich gleich die Stahlwache da wieder attackiert. Ist das eigentlich Blut hier? Oder soll das Wasser sein? Könnte Wein sein, ne? Ah, guck mal, da steht einer drauf. Oh krass, was geht denn da ab? Heute wird dieser Mann verhören. Ein dick Dreckpfeil. An Tinia, die Schlägerin. Was? Seht, was? Seht den Mann hinter der Korb... Was? Ich hab keinen Plan, heute. Den kennen wir doch noch. Du hast verletzt, die sehr hearts und minden von diesen guten, kind, gentlichen Mitgliedern mit deinen Lies, deinen Delusions, deinen Konzpiraties. Wenn du hinter einer Maske von Storien stehstst, wir haben gesehen, über die Veil. Wir sehen, was du wirklich bist. Fearmonger. Hör, hör, hör. Attention seeker. Hör, hör. Hör, hör, hör. Agent of Chaos. Dein Parasite stirren seine Rekognition. Dieser Mann ist infektiv. Ragnahels, folgen! Heute, Bürgerinnen, wir uns selbst von diesem Kankerosaur. Heute, wir verletzen alle Falschäden. Heute, wir werden nicht mehr verletzt, denn heute, wir sind in der Wahrheit. Pfff, nicht nur stand da. Hilf mir, die Gäste. Hilf mir! Bolo hat keinen Schall gerichelt. Ihr dagegen dient der absoluten. Dafür ziehen. Welches Verbrechen hat dieser Mann begann, wenn er schuldig ist? Wo sind die Beweise? Wo ist das Verfahren? Dies sind keine Gerechtigkeit. Dies ist das Wüten des Pöbels. Und dann nur zu. Macht mit ihm, was ihr wollt. Der Neucomer spricht. Und spricht von Beweise. Und von Tränen. Und von Justizien. Und in so doing, sie verletzten ihre sehr eigene Gelegenheit. Und in so getan... Die Ver Шulle wirdt. Und jetzt ist das Freie, Zeit für Verwaltung! Oh, aber ich glaube, die kriegen wirklich viel hin. Da ist auch noch eine Stahlwache. Ich hoffe, die Stahlwache kämpft nicht gegen uns. Seht ihr? Guck mal, die greifen mich an! Hallo! Oh, die machen schon Damage, ne? Okay, wie viele Runden habe ich Zeit? Ich frage für einen Freund. Okay, Kalach, sei wütend! Lammgelegt? Dann kümmern wir uns um diese hübschen Dame hier. Du-du-di-dum-di-dum Ich weiß nicht, was ich tun soll. Okay, das ist ja alles kein Problem. Hau drauf. Benommen. Fick die Henne. Oh, die machen schon echt Schaden. Hätte ich nicht gedacht. Hauer des Mordes. Alles klar. Uh-huh. Um. aus dem gleichgewicht ich kann nicht abhauen sehr schön Willi, du musst überleben immer noch benommen Okay, die ist schonmal weg Was? Ziel ist zu weit entfernt So, jetzt aber Oh, bist du ein Idiot? Okay Okay, Will Tod? Ne, war schön wieder da reingewusst Ja, kein Problem, komm ruhig her Ich kriege ich auch hin Okay Alles klar, was war das? Der hat gesessen Sehr schön Das stimmt, mein Freund, das stimmt Aber Kalach kommt Kalach ist on fire Ich bin bereit 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 Ähm Dieter des Glaubens Jo, komm Dieter des Glaubens Ich glaube, der ist ganz gut Wo lohnt der sich für den Der hat nur 45 Leben Ach komm So Ja, was sagt Ja, die beiden sind fast tot Ah, fick dich Das war clever Acht Und da müssen wir mal ein Stückchen näher Wollen wir einmal bumm Und bumm Ach 28 Okay Haha 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 Scheiße Ach, kein Ziel zum Wiederbeleben Äh Wunden heilen Wunden heilen Die Alles klar Sie ist komplett tot. Heilige. Stimmt, ja. Ich war ja auch total dumm. Ich hab die hier stehen gelassen. Das war richtig dumm. Aber ich glaube, eine Wiederbelebungsrolle haben wir. Ja, das bedeutet Rache, meine Freunde. Ähm, eine Wiederbelebungsrolle. Tschö, 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 tschö. Ja, sieht schlecht aus. Sieht ganz schlecht aus. Sieht richtig schlecht aus. Aber mal so richtig, richtig schlecht. Habe ich nichts zum Wiederbeleben? Scheiße. Mit Toten sprechen. Rascher Rückzug. Schockgriff. Vergrößern. Ja, das war's. Ich hab keine fucking Wiederbelebungsrolle. Ah, das war so dumm. Ja, hab ich nicht. Selbst, äh... Kalach hat keine. Oh man, wie dumm. Ja, muss ich nochmal laden. Leck mich am Arsch. So eine Kacke. Ich hab keine Wiederbelebungsrollen mehr. Scheiße. Okay, da sind wir wieder. Dann würde ich jetzt einfach mal hier... Laber, laber, laber. Okay, hat ein Gespräch begonnen. Ja, ja, das kennen wir. Bla, 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 bla. Das würde ich nur zu gern sehen, aber wir sollten ihm wohl helfen. Volo hat keinen Schaden angerichtet. Ihr dagegen dient der Absoluten. Was ist das? Was ist das? Noch ein Ketzteil unserer Mitte. Noch ein Ketzteil unserer Mitte. Ja, ja. Alles klar. Hallo? Okay, wir haben gelernt. Ich hab da auch voll nicht anders hin gedacht, dass das hoch geht. Das regt mich grad schon wieder richtig auf. Okay, wen haben wir denn hier? Äh, mach mal hier. Den hier. So, und dann... Hau der da nochmal einen runter. Und noch ein. Kritischer Treffer. Nice. Und dann ist der komische Dickmann dran. Nein, wir wollen die nicht mehr zaubern. So. Dann kommt der da. So. So, Schatty. Ähm. Geh mal da hin. Okay. Und dann machst du einfach mal probieren. Schade. Und dann machen wir einfach mal... Holen mal einen Kollegen hier an. Bam. Oh, direkt ausgeflipst. Wie geil. Oh, der nächste. Schild-Heap. Okay, einen haben wir schon mal weniger. Fick dich. Äh. Schade. Ah, kacke. Ähm, okay. Zwei bis zwanzig. Okay. Ach, schade. Ach, schade. Kritischer Treffer. Du Sackarsch. Haha. Mist. Die nervt auch. Die muss auch raus. Okay. Wie die alle hier einfach so durchspazieren, als wenn nix wäre, ne? Okay, wir müssen einmal hier hin und dann können wir den hier runterziehen. Und dann müssen wir ganz weit weg davon. Hier, du kriegst einen drauf. Und nochmal. Jo, ich glaube, das reicht. Okay, er brennt. Ja, auch sehr clever. Aha. Aha. Oha. Ich muss aufpassen. Guter Junge. Ähm. Ich glaube, so passt, ne? Schön. Nicht so schön. Boah, nagel mich bloß nicht fest da hinten. Das verzeihe ich dir nicht. Der ist weg. Geil, Stupenaufsieg. Nice. Zweier weniger, immerhin. Oh, fick dich. Dich auch. Okay, und wir machen jetzt hier einen Abflug. Ähm. Den hab ich gar nicht noch im Schirm, den hab ich gar nicht gesehen. Den hauen wir jetzt einfach mal rein. Oder auch nicht. Survival ist alles, was wichtig ist. Ähm. Wir hauen ihnen eine rein. So. Genau. Du läufst in Sicherheit. Du hilfst mir. Nicht. Weil kein Platz. Scheiße. Scheiße. Da hab ich ein Bein gehabt, ey. Ohne Scheiß. Fuck you. Fuck you. Ja, komm mehr. Sehr gut. Weg von den Stahlrichtern. Vielen herzlichen Dank. Und einen anderen. Und vielen herzlichen Dank. Schade. Mit noch. Okay, der ist weg. Warum auch immer. Ja. Da brauchen wir kein Gift. Auch weg. Dann haben wir's. Kannst du dir mal ein Ende setzen? Nein, kann er nicht. Oh, sehr schön. Okay. Äh, ich würde jetzt einfach erstmal alle aus Gewohnheit hier plündern. Wir brauchen vielleicht ein bisschen Kohle. So, nehmen wir mal alles mit. Gießerei-Zugrück verboten. Da müssen wir rein. Ah, ein, äh, Dingsbums hier. So ein... Hier, hau drauf. Ja, nehmen wir alles mit hier. Verladen. Scheiße. Kala. So, ähm... Gib mal ein bisschen Schrotti. Den dabei übelst, überladen. So. So. So, soll erstmal reichen. Okay, das war ein sehr merkwürdiger Kampf, aber wir haben's geschafft. Leer, leer, leer. Fackel, Fackel, leer, leer, leer. Alles klar. Wo ist er? Volo. Der gute Volo. Volo. Ich glaube, die Begriffe sind in Ordnung. Wie ist eine Errohung-Karte-Karte-Karte-Karte-Karte-Karte-Karte-Karte? Ja? Und du wissen, was sie sagen, der größer die Geschichte ist, desto mehr die Leute wollen Sie für das. Ich erzähle Ihnen alles. Aber nicht hier. Alles klar. Bevor wir ins Camp gehen, machen wir natürlich erstmal hier eine... Und die Level-Up-Geschichte machen wir diese Folge noch. War ein nerviger Kampf, war blöde, dass ich da am Ende explodiert bin und kein Wiederbelebungszeug mehr hatte. Das war richtig kack. 81 Lebenspunkte. Wir haben ein paar gekriegt. Ja, komm, den nehmen wir raus. Tageslicht. Fluch brechen. Blendendes Niederstrecken. Beschwöre einen himmlischen Blitz, der dein Ziel möglicherweise blind macht. Warum nicht? Segne bis zu 3 Kreaturen. Sie erhalten einen Bonus. Ein Rettungswürfel. Ja, komm, probieren wir mal. Blinden machen ist wahrscheinlich auch nicht so verkehrt. Stufe 11. Kalach. Ich liebe Kalach. Der Barbar ist einfach so geil. Barbar. Ja, Tier jetzt passt. Tierhaftes Aussehen. Adler. Okay. Adler. Dein Aspekt des Adlers verbessert deine Seelfigkeit. Du kannst in der Dunkelheit bis zu 12 Meter weit sehen und bist Wahrnehmungswürfel im Vorteil. Deine Bewegungsrate ist um 3 Meter erhöht, solange du auf Wasser... Achso, Oberflächen stehst. Alles klar. Schimpanse. Der Aspekt des Schimpansen gewährt dir eine leichte Schadenfreude. Du erhältst Resistenz gegen Fallschaden und geworfene Ziele blind. Du kannst den Aspekt des Elches nutzen, um dir einen Verbündeten in der Nähe eine größere Bewegungsrate zu verschaffen. Wenn du zu Beginn deines Zugs vergiftet, verdenkst oder bezauber bist, kannst du... Okay. Hängst. Spurten gewährt dir... Aha, okay. Du erhältst einen zusätzlichen Stärkenmodell bei Angriffswürfen gegen blutende oder vergiftete Ziele und bist in Überlebenskunst... Ah, der ist auch nicht verkehrt. Verbessert deine Heimlichkeiten. Wollen wir auch nicht. Der Aspekt des Vielfrags gewährt dir eine... Gewährt dir die Fähigkeit, deine Beute unbarmherzig zu verfolgen. Wenn du ein blutendes oder vergiftetes Ziel angreifst, verstümmelst du es außerdem einen Zug lang. Ich glaube Tiger nämlich. Das ist ganz cool. Neue Zauber... Zauber vorbereiten. Okay, was haben wir hier? Verbündeter aus den Ebenen. Heldenmahl. Du und alle um dich herum können weder vergiftet noch krank noch verängstigt werden. Eure Trefferpunkte sind erhöht. Okay. Klingenbarriere. Beschwöre einen Phalax aus rasiermesserscharfen Klingen, die den Bereich zu schwierigem Gelände machen und jedem Schaden zu fügen, der dumm genug ist, ihnen in die Nähe zu kommen. Heilen. Untote erschaffen. Leid. Das klingt ganz interessant tatsächlich. Hüter des Glaubens. Was nehme ich denn raus? Das ist eigentlich... Todstell... Hier kommen Todstellungen nämlich raus. Und diese Dinger nämlich mal rein. Okay. Unser Hexi. Was nehmen wir denn mal da? Todeskreis. Arkanes Tor. Böser Blick. Fleisch zu Stein. Untote erschaffen. Kann er nicht schon Untote erschaffen? Ich weiß das gerade gar nicht. Warte mal. Zauber. Ne, Gale konnte das glaube ich, ne? Lass eine Leiche als niederträchtige Mumie auferstehen, die an deiner Seite kämpft. Ziel muss ein kleiner oder mittelgroßer Leichnam sein. Das heißt, Untote geht nicht. Todeskreis. Form eine massive Sphäre aus. Oh, komm, machen wir den mal. Vampirgriff. Ascher Rückzug. Hexenpfeil. Prozug. Indem du ihn aktivierst. Monsterfesthalt. Verbannung. Feuerschild. Ja, nehmen wir den. Bomb. Okidoki. Okay, Leute. Ich würde sagen, das war's für heute. Und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass wir in der nächsten Folge irgendwie hier reinkommen. Wie auch immer. Ich habe keinen Plan. Ähm, okay, Leute. Vielen lieben Dank. Und wir sehen uns. Bis bald, Rian. Ciao. Mit V. Boi. Dann geht's. Tschüss. Tschüss. Lieber. Bis zum nächsten Mal.